Mein erstes Buch heute handelt von Notre Dame de Paris, eine Lieblingskirche meinerseits und es ist eigentlich ein historischer Roman von Claudius Krönert, im Ullstein Verlag erschienen und man denkt dann immer, ja wenn es um so eine Bauweise geht, um so eine Kirche, oh Gott, wer will das jetzt lesen? Aber eigentlich geht es wirklich um einen Jungen, der erst 13 Jahre ist, glaube ich. Sein Vater ist auch ein Baumeister und hat aber viele kleinere Kirschen sozusagen um Paris herum und dann mehr Ende Bourbonne gebaut und die Mutter ist gestorben und er hat auch noch drei Geschwister und so das ist es, es handelt 1237. Der Vater sagt, okay, du hast jetzt die ganze Zeit bei mir sozusagen mitgelernt, ich gebe dich jetzt woanders hin zu einem Baumeister. Man kennt es eigentlich aus der Zeit ja auch oft, dass sie dann versuchen, die Kinder eigentlich wirklich woanders unterzubringen, weil er eigentlich immer noch drei auch noch groß sind, weil sie jünger sind. Und Pierre, so heißt der Junge, kommt sozusagen zu einem alten Freund von seinem Vater, dem Jean, der Baumeister sozusagen in Paris ist. Und er kommt da an und es gibt ja auch da noch viele kleinere Kirschen, eigentlich heißen ja die meisten immer Notre Dame. Und er muss wirklich von Null dort anfangen, was sehr spannend so ist, weil er eigentlich wirklich ein Niemand ist, wenn er da auf diese Baustelle kommt. Und es ist, also ich habe noch nie irgendwas gelesen, was eine Baustelle so interessant macht. Wie in diesem Buch, muss ich sagen. Es war wirklich interessant. Und er muss wirklich alle Gewerke sozusagen anfangen zu lernen, was auch sehr spannend ist, dass man da wirklich erstmal mitkriegt, was hängt da alles zusammen, wie arbeiten die zusammen. Ich glaube, die haben damals da besser zusammengearbeitet, als es heute auf dem Bau ist. Also man kriegt Einblicke, die sowas von interessant und mit einer ganz irren Sprache, mit einer wirklich so einer flüssig lesenden Sprache eigentlich geschrieben ist, dass man gar nicht denkt, könnte es jetzt mal langweilig werden? Nee, man wartet eigentlich immer, was passiert denn jetzt? Wo kommt er denn jetzt hin? Und er lernt da auch wirklich noch so einen Jüngeren, der also schon eine ganze Weile dort ist und zu den Steinmetzen gehört. Also er muss wirklich die einzelnen Abteilungen da auch durchlaufen. Es wird sein Freund. Und was mich am meisten auch berührt hat, der Claudius Krönert, der hat wirklich eine ziemlich große Recherche angestellt. Also viele von den Baumeistern, die dort sozusagen in dem Buch auch erwähnt werden oder benannt werden, gab es also wirklich. Und das Schöne ist, dass wirklich Frauen auf dem Bau dort damals absolut in waren und wirklich also einen großen Wert und gleichberechtigt sozusagen behandelt wurden. Und der Pär natürlich sich dort in Agnes verliegt, die auch ein Steinmetz ist. Und ja, der Can, der also erst eigentlich eine kleinere Kirche am Rande von Paris baut, bekommt dann sozusagen die Chance bei der großen Notre-Dame von Paris, die wir alle so kennen, mit den Glücknern von Notre-Dame, bekommt das Glück sozusagen dort zu arbeiten und nimmt den Pär mit. Und da geht das wirklich los, dass man sagt, genau wie heute hast du bei solchen großen Bauten, dass viele Neider da sind, die integrieren, die ihn wieder loswerden wollen, um irgendwo vielleicht selber oder einem Freund sozusagen diesen Platz zu geben und so. Und man hat also wirklich einen historischen Roman, der voll Intrigen, der voll Ehrgeiz von dem Jungen ist, der also gesagt hat, okay, mein Vater ist ein Baumeister, ich möchte auch einer werden. Und zwar einer, den die Welt einfach nicht vergisst. Und klar, er schafft das. Aber wie er es schafft und wie er wirklich sozusagen diese Intrigen umgeht, wie er um seine Liebe und auch um seine Freundschaft kämpft, wie er wirklich sozusagen nachher, weil der Jean denn, ob inszeniert oder nicht, ich komme nicht ganz so klar raus, einen Unfall hat, so dass er wirklich nachher als großer Bauherr da eigentlich mit eintreten muss und versuchen will und es ja auch geschafft hat, wie wir es wissen, diese Vision von Höhe und Licht eigentlich in dieser Kirche zu erreichen. Und auch die ganzen Figuren, die, also für mich, ich bin da wirklich trotz meiner Höhenangst, Sie wissen das ja, wieder mal nach ganz oben geklettert, weil ich unbedingt die Gargüls und so alle aus nächster Seenähe natürlich betrachten wollte und es ist ja eine Wahnsinnsarbeit und ich habe also sowas damals auch von geheult, als es gebrannt hat und so und konnte es nicht fassen und freue mich eigentlich da drauf, wenn die wirklich wieder eröffnet wird. Also dann bin ich auch einer der Ersten, die da unbedingt hinfahren, weil also diese Kirche ist wirklich einmalig. Wer da noch nicht war, muss sie wirklich dann nachher mal sehen. Der Claudius Krönert ist 1961 in Hamburg geboren und wohnt aber jetzt auch in Berlin. Er ist Buchautor und Journalist und ist ausgezeichnet mit dem Preis Goldner Homer 2016. Was ich bei Ihnen sehr, sehr gut finde, ist, dass also die Charaktere, dass die Geschichte in sich wirklich sehr stimmig ist, super geformt ist und beim Lesen kann man sich wirklich sozusagen reinversetzen in diese Zeit damals, was ja für uns so mit unserer ganzen Technik und sonst über gar nicht so einfach ist. Aber es macht wirklich einfach Spaß, so diese einzelnen Begebenheiten, ob es die Familien, die Freunden, die Bauweise und sowas betrifft, einfach so reinzuschlittern und da sozusagen mitzuleben und mitzubauen. Und das ist eigentlich auch das Schöne. Eigentlich hat man nachher ein bisschen diese Notre Dame mitgebaut und das ist einfach wirklich hervorragend. Also ich kann dieses Buch wirklich wärmstens empfehlen und kriege es von mir sozusagen für alle Sachen, ob das Charaktere oder Buch, ob das Cover, es ist einfach total niedlich, einfach die fünf Sterne von fünf. Also es ist eine Freude sozusagen, wirklich mal sowas Historisches in so einer tollen Art und Weise zu lesen. Vielen Dank.